Servus und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Nautilus Gamer. Co-Kommentator, ich spiele ein kleines Arena mit Flo, Joshua, ne Joshua ist nicht dabei. Flo, Nautilus, Melvin, Kyle und Mohamed. Hallo. Alter, was eine Gruppe wir haben, ja. Hallo. Du musst es grad hier grad hier, Flo, ja. Ah, Engel, der ist dabei. Okay, da mach ich was an. Ah, ne, wir haben Russen. Oh, noch nicht. Hä? Los, dreimal. Was haben wir denn da? Ja, wir haben doch gut, man. Kannst doch gut. Oh, ups, da war ich dann zu spät. Okay, dann machst du, okay. Ja, passt. Ich hab noch nichts gemacht, ich weiß aber was. Juhu, hier kommt Ding. Äh, wie ist der da? MacGyver. 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 Ey, schon wieder das Wort er da. Was ist denn los mit dir, Flo, man? Du bist voll assi geworden. Ich kenn dich, komm wieder. Ja, geh mit Züge mit drei Kraft einhalten. Keine Antwort, okay. Ja, ja. Ignorier mich, Flo, Ege, halt. Oh my God, 1-0. Juhu. Was war jetzt das Problem? Nix. Dass du mich ignoriert hast. Hey, ich hab das. Ich will dich niemals ignorieren. Ja, hast du nicht. Nein, überhaupt nicht. Wie war denn EU4? Die war nice. Welche Nation hast du gespielt? Ich hab die Nation mit der größten Armee gespielt. Und das ist Österreich? Österreich? Alter, what the fuck? Nein, USA. What? Das ist aberglauwe, ja. Junge, das ist unklug. Auch wenn wir dann die Muskate machen. Doppelkampf. Hä, was macht der Züge? Warte, der legt Longbogen noch. Keine Ahnung. Hä, bin ich jetzt der Einzige noch? What the fuck? Das hat er die Einheit gemacht, passt ja. Was war das, Mann? Die 2-0 schon. Ja, kein Ding. Auch. Verdammt. Das wäre voll unfair, je länger wir das Game hinaus zügeln. Das ist besser als dieser Kriegs, den ich mir kostenlos kaufen kann. Mhm. Für 750. Ich kann mir kostenlos einhalten nur. Nicht kostenlos, das geht nicht. Das ist gesperrt. Doch. Ich kann da draufdrücken. Ja, drück drauf, passiert nichts. Soll ich? Oh mein Gott, 3-0. Passiert was? Da passiert nichts. Hey, doch. Hey, warum cheatet jemand? Drück mal drauf, du hättest mir nicht gesperrt. Hey, da draufgedrückt, jetzt kann ich es mir nicht mehr senzen. Schau mal, ich hab... Was? WTF? Da kann man nicht draufdrücken. Hey, ich hab da draufdrücken können. Ja, also, ich kann... Äh, Krasch, Mabert. Mabert ist das eigentliche Spiel, das der Flur hat gut verpackt. Ja. Ich hätte es nicht vergessen, die Einheiten zu bauen, aber egal. Schicke, ja. F***, ich bin jünger. Ich bin jups. Der Grüne macht dir miss. Hey, HKP 7, also. Oh Mann, ist ein guter Mann. Oh, alt rutsch. Warte, was ist das denn? Ah, Jakob, warte, warte. Ich muss mal die fokussieren, was da sind die... Oh mein Gott. Was macht der Gelbermann? Oh. Okay, mal die Buh. Mach'n. Mach'n mal die Kaffee. Mach'n mal die Kaffee. Oh, ich muss mal die Kaffee. Oh, ich muss mal die Kaffee. Ich bin nur ausgeglichen. Oh, ich bin so f***ing dum. Asi. Lola. Ich habe YouTube. Du bist gerade neu in Level 26 geworden. Ich bin eigentlich die Bester in Level 26, Alter. Ach was. Was haben die gegen den richtigen Level 26 gespielt? Snow zum Beispiel. Schwarz. Zum Beispiel, dass der Level 28 war fast 29. Der spielt auch nur 1 gegen 1. Ja. Oh Gott. Junge, du weißt schon. Handicap wäre Premium hier, gell? Ja, schon. Ja. 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 Und er sollte dann den Ding fokussieren. Ja, geil. Ja. 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 Ja, er sollte die Kohle noch halt fokussieren. Ja, weiß. Ja, weiß. Was gibt's noch? Ja. 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 Ja, also die Doppel. Ja, das sind ohne die Gäste. Von dem kann es auch nicht so in den Arsenal. Arsenal. Ja, fürzust ash, scheiße büttlich. Na ja, 100 zu ihm. Ja, in der Kaff kostet es auch 100. Ja, aber sie sind ja auch schlecht. trotzdem 2 gegen 1 für 20 Gold kriegst du in der Doppel Oh, pass auf, richtig Oh, die Goldflänzer Ja, gut Ding hart Oh, Nautilus bekimm ich nicht Sorry Ich versuch' sich gar zu schützen Egal Warte, warte Alter, die Kojoten sind wie zu OP, Mann Ja, du kriegst sie halt nicht los, weil die als Kampf gelten Oh, ich hab' voll in die Swiss-Pikes reingelaufen Ja, er kann halt nicht, das hat einfach nur scheiße Ja, ich hab' noch gesagt, kick den, aber du wolltest den Ja, der Flo wollte nicht Ja, ich dachte, der mein Team Außer dem, der Grüne, den er aufbieten wollte Ne, das war der Ding, ah doch, stimmt, der Grüne war Alter, was ist das Decker? Oh, halt Ich mach' es doch, aber es klappt denn, der Sterbende Doch, der zweite Leugner hat das nicht Äh, Nautilus, das bringt dich so, wenn ich die Kojoten auf den Fokuss Die gezellte Kampf, die kriegst du nicht tot Wie soll ich sie jetzt so bekommen? Gar nicht Bauch Wow Damit die Plänken auch schön was reißen können Es fehlt noch ein bisschen Musik hier Ja Das ist essential Ja, nicht Baby hat die Republican apa Das ist übelst Ja Bittes Bokuss einfach Gelb Wenn es euch kennen Ohami Ohami Jürgen In der Süden Ohami und weil es mein kopf nicht fest ich hab meine kopf falsch aufgesehen das ist übel ja voll gg das war akutief scheiße dieses gehen schon sieben Euro für die Mannschaft und glaube ich noch nicht ganz aber in Nahkampfgebiet der Typ zu viel ja hat schon viele in der Strecke brauchen mehr Handkauf Handkauf er hat Handkauf geschrieben Handkauf vor allem Handkauf so adjusted was ist ein Garantie das ist ein das ist ein das ist ein das ist ein Ach du Scheiße. Hey was macht ihr? Oh Leute, da kommt Kavalerie. Leute, Krupp. Oh geil. Ja, geht in Krupp. Pssst. Geil, meine Kanone. Ja, aber sie sind halt wirklich okay. Ja, gar nicht, Alter. Nicht schon. Sie sind halt, du kriegst ja viel Sport billig, hast sie halt in einer riesigen Masse. Sag dir der Russen, ne doch nicht, du spielst China. Aber ich nehm Katja, ich spiel keine Inf, deswegen... Geil doch. Ja. Ich wollte, aber... Jemand hätte sich bestimmt. Aus? Ja. Ja, oder? War ein Wunder. Gigi, ach Scheiße. Ja, Gigi. Gigi. Cheetos. Wie das einer Kruppmann...